Peace! Hallo! Herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal! Das wird die letzte Fahrt dieses Jahr. Es ist Ende Oktober 2020. Ein komisches Jahr mit dem Corona. Es ist alles irgendwie nix halbs und nix ganz. Dementsprechend bin ich irgendwie froh, dass es rum ist, aber ob es nächstes Jahr besteht, weiß man jetzt. Ich habe heute noch eine kleine Tour vor. Ich fahre jetzt dann noch nach Hartmannshof zu meinem Lieblingscafé. Nehme euch mit, nachdem ich die MT-01 einmal vorgestellt habe und da ein bisschen bei Kritik gekommen ist, dass ich das Motorrad nicht verstehe und dass wir mehr Fahrbilder hätten machen sollen, habe ich das jetzt gemacht. Ich hoffe, das wird was. Wird so 20, 25 Minuten dauern, dann bin ich da. Und dann sollte das für mich für dieses Jahr gewesen sein. Ich habe eine CB400N, die richte ich dann noch her. Das ist jetzt im Herbst, Winter und dann, dass ich nächstes Jahr neu fahren kann mit dem Teil. Und ich hoffe mal, dass das passt, dass es schön wird. Schauen wir mal. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich habe eine besonders schöne Strecke ausgesucht. Die fahre ich öfter. Sollte mal hier in der Gegend sein. Kommt hier nach Hartmannshof. Da ist es echt schön. Lecker Kaffee, lecker Kuchen. Ganz nette Leute. Haben es liebevoll hergerichtet. Jetzt. Adresse schreibe ich unten rein. Bis gleich. Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok-Fok Musik 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 Das war's. Untertitelung des ZDF 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020